Wenn der Zündschlüssel gedreht wird, fließt ein kleiner elektrischer Strom in die Magnetspule. Die Magnetspule besteht in der Regel aus zwei Spulen, der sogenannten Zugspule und der Haltespule. Das Ende der Zugspule ist mit dem Gehäuse des Anlasses verbunden, sodass der Strom über den Fahrzeugrahmen zur Batterie zurückfließt. Die Zugspule ist mit der Hauptanschlussklemme verbunden. Beide Spulen werden unter Strom gesetzt und erzeugen ein starkes Magnetfeld. Das zieht den Kolben zurück und wenn die Kontaktplatte die beiden Hauptklemmen verbindet, haben beide Enden der Zugspule die gleiche Spannung. Da zu diesem Zeitpunkt keine Spannungsdifferenz an der Spule anliegt, schaltet sich die Spule aus, da kein Strom durch sie fließt. Es braucht viel weniger Energie, um den Kolben in Position zu halten, also wird nur die Haltespule weiter betrieben. Wenn sich der Kolben zurückbewegt, zieht er an dem Hebel. Dieser schwenkt und überträgt die Bewegung auf die Mitnehmerhülse, so dass diese nach vorne gedrückt wird. Bei der Vorwärtsbewegung wird das Ritzel leicht gedreht, sodass die Rollen in der Kupplung einrasten und das Ritzel auf das Zahnrad gleiten kann. Wenn die Kontaktplatte die beiden Kontakte verbindet und die Zugspule ausschaltet, fließt ein sehr hoher Strom durch die Kontaktplatte und den dicken Draht in die Motorbürsten. Von dort fließt er in die Kommutatorplatten und durch die Spule zurück in eine andere Kommutatorplatte und durch eine andere Bürste, die am Fahrzeugrahmen geerdet ist. So fließt der Strom zurück zur Batterie. Die Spule erzeugt ein elektromagnetisches Feld, das mit dem Permanentmagneten oder den Feldspulen im Stator interagiert. Diese Interaktion bewirkt, dass sich der Rotor oder Anker sehr schnell und mit einem hohen Drehmoment dreht. Der Rotor überträgt dieses Drehmoment über die Welle und die Kupplung auf das Ritzel, das das Zahnrad dreht. Wenn das Zahnrad den Verbrennungsprozess in Gang setzt, beginnt der Motor schließlich das Zahnrad schneller zu drehen als den Anlasser. Dadurch wird die Freilaufkupplung entriegelt, sodass sich das Ritzel frei drehen kann, ohne die Anlasserachse anzutreiben. Wenn man den Schlüssel nun wieder loslässt, unterbricht er die Stromzufuhr zur Magnetspule, die den Kolben wieder freigibt. Die Feder drückt den Kolben und Hebel zurück und zieht das Ritzel vom Zahnrad. Der Strom zum Anlasser wird unterbrochen, der Verbrennungsmotor läuft von selbst weiter und die Lichtmaschine lädt die Batterie wieder auf. Wie die Autobatterie funktioniert, haben wir bereits ausführlich in einem anderen Video erklärt. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Schaut euch auch dieses Video an, um noch mehr über Kfz-Technik zu lernen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Lektion wieder. Vergesst nicht, uns auf Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn und theengineeringmindset.com zu folgen. Vergesst nicht, wir sehen uns dann in der Videobeschreibung. Vielen Dank.